Lethal Company hat in den vergangenen Monaten vor allem unter Streamern sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und das liegt vor allem daran, weil es sehr viele lustige Situationen hervorbringt. Das wollten wir natürlich auch mal ausprobieren. Mit dabei sind der Dijaroon, der Scheibenwitcher und der Lincense Raven. Viel Spaß! So, dann erst mal wieder Taschenlampen kaufen. Wir haben ja genau 60, also jeder kann sich eine Flasche, äh, eine Flasche, oder eine Taschelampen kaufen. Wir könnten uns, das kostet eine Boombox, wir können uns auch eine Boombox kaufen. Oh, die Boombox ist auch hart. Boombox, Boombox ist nice. Die kostet auch genau 60, also wir haben dann kein Geld mehr für irgendwas. Ja, aber wir haben halt eine Boombox. Aber wir haben eine Probe. Wir sind nur zu drinnen, halt nichts, aber wir haben Spaß. Aber wir haben Spaß. Scheibenwitcher, Lincense, ich stehe Toxie gar nicht. Toxie, wo bist du? Der steht hier. Ich stehe vor dir. Ey, du bist so viel durchgerannt. Ich seh, ich hör dich, aber ich seh dich nicht. Ich seh echt nur drei. Ich seh nur drei. Hier ist Hannes, hier ist Lincense, ich seh aber kein Toxie. Er ist, glaube ich, hier, aber ich seh ihn nicht. Aber Jan, aber ich seh ihn nicht. Ja. Ich stehe quasi jetzt am Bett. Hier, wo ich jetzt stehe. Hier, wo ich stehe, da steht er. Genau da, in der Ecke. Soll ich nochmal neu joinen? Ich seh ihn nicht. Vielleicht wäre das besser. Mach mal. Mach mal. Das ist komisch, weil du hörst den ja noch. Vor allem die anderen sehen mich ja auch. Mhm. Ja, merkwürdig. Hast du vier Taschenlampen gekauft oder eine? Ich hab gar nichts gekauft. Achso, ich kaufe auf jeden Fall eine. Oder die ich. Die Boombox ist vielleicht was für die zweite Runde. Vielleicht. Wenn wir schon ein bisschen Geld haben. A? A? Was ist jetzt passiert? So, äh, ja. Äh, ja. Natürlich. Und so, jetzt? So, und jetzt? Wer steht denn da vor mir? Ich. Ja, genau. Toxy. Toxy, Linsens. Hä, wo ist jetzt der Hannes denn? Jetzt nicht den Hannes. Verdammte Scheiße. Ich meine jetzt einfach. Hey, weh. Ich seh ihn nicht alle drei. Wir spielen ohne Olli. War eh gut. Ich würd sagen, wir holen uns erstmal alle eine Flashlight. Jo, ich hab schon. Und die Boombox holen wir uns in der zweiten Runde. Ja, ich hab extra schnell Geld ausgegeben, bevor Olli jetzt eine Boombox kauft. Ich werd jetzt gleich so viel Geld sammeln, nur für diese Boombox. Ich weiß nicht. Habt ihr? Dass jeder eine hat, meinst du? Dann haben wir alle wie durcheinander. Ne. Ich weiß nicht, kann man auch mehrere bestellen? Ich hab jetzt erstmal eine bestellt, einfach. Also, dann würd ich halt direkt. Ja, ich kann's ja einfach dreimal eingeben. Oder so. Ja, ich geb's einfach dreimal ein. Geil, man hört dich sogar tippen. Ja. Ja, das Spiel ist schon sehr gut gemacht. So, und dann haben wir jetzt auch noch eine Flashlight. Nice. Auf klar, dann lass mal landen. Wir landen mal. Oh mein Gott, was ist denn bei wem da war es vorbei? Mal gucken, ob dieser Planet ist. Super laut. Hallo. Let's go. Oh mein Gott. Für die Firma. Oh, was sind wir denn hier? Hier waren wir ja noch nie. Das sieht ja ganz neu aus. Wo ist der Eismann? Ich will meinen Eismann. Ja, eigentlich. Ich seh noch keine Gefahren. Gleich gluck, 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 gluck. Die kann übrigens auf dir landen und du kannst daran sterben, glaub ich, ne? Wenn du dumm stehst. Oh. Ich glaub zumindest. Das müssten wir mal ausprobieren. Wo ist mein Eismann? Alles, mach mal. So, wo geht's hier lang? Wo kommt da denn? Hallo? Hier. Oh, oh mein Gott. Oh. Ich wollte es jetzt mal, aber ich trau mich doch nicht. Nicht, ich bin nicht aus. Nicht, ich bin nicht aus. Ich bin nicht aus. Ich bin nicht aus. Ja. Soll ich eine nehmen? Oder möchtest du ja alles vielleicht eine nehmen? Jeder eine. Was für jeden eine? Oh. Oh. Jeder. So, Olli. Okay. Ah, doch hier. Dankeschön. So, Irgendjemand ist schon losgerannt. Bestimmt nimmt's. Hä? Der alte Pro-Gamer. Was ist denn das hier? Ein Baum in der Leiter. Dieser Baum ist da kaum. Der ist aber sehr ungünstig gewachsen. Komm mir jetzt hier nicht hoch? So, ob das du genehmigt ist. Hey, komm da nicht hoch. Nee, da hinten gibt's noch eine. Warte. Bestes Spiel. Schau mal, woanders. Hier ist noch eine Leiter. Ja, ja. Ja, so. Was sagt uns dieser Baum? Das ist nicht derselbe Planete. Das ist... Das ist ein... Das ist ein Super-Gerder-Retil. Einzwoanders. Ja. Aber wo sind die anderen beiden? Sind die... Das frage ich mich auch gerade. Hallo? Seid ihr hochgekommen? Ja. Ja, daneben ist eine Leiter. Hab ich... Weiter nach rechts ist noch eine Leiter, ja. Guck dir mal diese Amateure da unten an. Die kommen nicht mal da hoch. Also das mit dem Baum, das fand ich jetzt schon wieder... Ja, das war einfach ein komplett anderer Planeten. Ja. Haben wir Hannes verlor? Hannes ist immer noch unten. Oh Gott, ich hasse Neulinge. Ist der? Ist der unterwegs? Sag mal, Neuling. Ich bin da, ich bin da. Wo ist der Azubi? Es geht auch schon da. Da ist der Stil. Entschuldigung. Kein Kindergarten. Ich werde die nach Stunden bezahlt. Tut mir leid. Ja, oder auch nicht. So, hör mal rein. Ich weiß jetzt schon, wer der faulste Employee ist. Gut. So, Jungs. Let's go. Aufteilen. So, ich hab meinen Anteil erledigt. Stress macht ihr. So, wir sammeln wieder hier im Raum, ne? Genau. Oh, ich hab ein Geschenk. Oh, ich hab wieder so ein Dings. So ein Kasten Bier. Wir machen das zusammen. Nice. Warten wir mal, wenn ich das schieße. Hier ist irgendwas Großes. Oh my God, oh my God, oh my God. Was ist denn jetzt los? Das klingt ja schon mal selbst. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Was ist das denn? Ich glaub, wir haben Litzitz verloren. Okay, ich bin da schon gestorben. Oh nein, oh nein. Ich komm nicht raus. Nein, nein. Du kannst es hier mitnehmen, aber da wird Strahlung freigesetzt. Ich mein, ich hab's schon so glippt. Ich wollt noch schnell wieder raus, aber ich hab's gesehen. Genau das. Ich konnte nicht raus, aber ich hab's so richtig. Ja, ich hör was. Ah, ich hör was. Ah, Gott. Das ist das fein. Geh. Da war was. Das ist schlecht. Da kam was runter. Pass auf. Ich glaub, die schaffen das nicht. Oh Gott, der Schatten. Der Schatten hat mich drauf. Ah, ich hab's verboten. Eieieiei. Das klingt, ih, das klingt widerlich. Kann man sagen. Nee, da will ich nicht lang. Da will ich nicht lang. Tür? Wo ist die Tür? Icon? Scheiße. Okay, da ist noch was. Okay. Jetzt seh ich auf, wenn man hier rechte Maustaste... Was hast du denn da gefunden? Ähm, ja, ich kann damit ja doch nicht rennen, ne? Da ist auch noch, noch ein... Fuck, ist es halt immer noch, ist es halt immer noch dort. Das war ja riesig, das Vieh. Ja. Sonst würde man so kleine Kacke haben. Das ist alles. Nein. Weißt du, erste Runde gleich. Perfekt. Gibt es denn... Das ist alles deine Schuld. Das hätten's nie. Das ist, das ist ja krass. Ähm. Ich seh nichts, ich hör nur was. Oh, ich hör nur was. Oh, das ist ein Schleim. Oh, das ist ein Schleim. Oh, nein. Tschüss, tschüss, tschüss. Was ist denn das für ein Vieh? Gott, Gott. Oh. Schleim und dieses Vieh. Scheiße. Da kommen die nicht einfach raus. Ja, tschüss. Wir kommen nie wieder raus. Wir haben einen zweiten Ausgang oder so. Ähm. Nein, dann hab ich ne Plank gefunden. Schön. Wir kommen zwar nie wieder raus, aber wir finden Items. Nice. Ähm. Was ist denn das für was? Was machen wir? Ich... Hörst du was? Ja, was ist das? Das bestimmt einer von uns, oder? Wollen wir uns hier einfach gemütlich machen? Wir bleiben jetzt hier. Ich hör nichts, aber... Und Schlüssel. Okay, das ist gut. Machst du das, oh Gott. Hörst du das zu? Ich hab's dazu gemacht, ja. Ich wollte nur... Ich bin so paranoid. Ja. What the fuck? Was ist das hier? Ist das Kabel? Oder sind einfach nur Kabel? Okay. Wir müssen irgendwie... Ich weiß noch nicht ganz, was diese Chai-Kästen machen. Naja. Oh. Äh. Was auch immer. Sollen wir's nochmal versuchen? Was ist das hier für ne Tür? Die geht nicht so. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Da geht's zu dieser Mine rein. Da... Das ist der Raum, wo wir vorhin waren. Direkt daneben ist die Mine. Da gehen wir nicht rein. Oh nein, der Schleim ist da. Scheiße. Oh nein, der Schleim ist da. Wollen wir doch rein? Wollen wir doch rein? Ähm. Ne, wir müssen ihn nur ausrennen. Oh nein, meine Kammer. Meine... Mein Patrice ist leer. Ja, meine auch gleich. Oh nein, es wird ja immer schlimmer. Es wird immer schlimmer. Wir können ihn hier ungefähr umlaufen wahrscheinlich. Ah, okay. Wenn er hier reinkommt. Und dann kommen wir schnell raus mit den Sachen. Ja. Ey, du Blob. Okay, es kommt langsam. Aber da war halt noch was anderes. Da war irgendwie dieser Blob. Da war wirklich ein... Ein Viech. Ja, war's. Wir nehmen dann beide diese schweren Dinger und am besten rennen wir einfach raus. Weil die anderen beiden sind, glaube ich, hier schon tot. Ja, die vergessen wir einfach. Ja, das... Okay. Wir nehmen einfach diese Dinger und rennen raus. Oder ist die ganze Zeit so schnell? Ich glaube... Ich glaube nicht. Also den sehe ich selber jetzt hier im Spiel zum ersten Mal. Ich habe... Okay. Wir sollten jetzt safe sein. Glaube ich. Oh Gott, ich sehe halt einfach nichts. Bist zu. Ich sehe nichts. Ich habe noch... Nein, da ist was. Ähm. Oh nein. Oh! Ja, tschüss. Tschüss. Oh nein. Hallo, Hannes. Oh nein. Oh, Oli hat's geschafft. Naja. Also... Bis jetzt. Ey, bitte nicht die erste Runde. Es läuft doch. Fuck. Aber es ist auch ganz schön bad luck für die erste Runde, ne? Naja, also das war halt schon krass. Also, dass ihr da... Dass das da eigentlich in dieser Sackgasse passiert, gibt mir so ein bisschen herderige Vibes. Ja. Wir werden das trommeln. Oli, du schaffst das. Fuck it. Lauf. Lauf, Oli, lauf. Lauf, ich schaffe es. Bitte. Ja, er ist am Eingang. Bye. Oh mein Gott. Aber jetzt kann ja keiner auch mal laufen. Da liegen ja noch Sachen im Eingang. Ich glaube, ich würde es nicht riskieren. Ne, ne. Erstmal ein bisschen was saven. Ich glaube, das Ding reicht auch für die Boombox. Alles gesaved. Aber wir brauchen noch Taschenlamm. Wir brauchen jetzt alle neue Taschenlamm. Na. Na, außer Oli. Okay. Ich weiß gar nicht, ob die Tiere da auch raus können aus der Tür und so. Oh Gott, sag doch nicht sowas. Ich hoffe nicht. Ja, ich hoffe auch nicht. Aber ich bin mir jetzt nicht so sicher. Alles muss man alleine machen. Also jetzt gleich Treibsand, ey. Das wäre der Killer. Oh mein Gott, Oli, ey. Und, und, wirf es hin. Let's go. Oh, krass. Soll ich versuchen, nochmal zurückzugehen? Ich probiere es einfach nochmal. Nein. Oh mein Gott. Ich bin nicht zurück. Wir müssen Autopilot starten, machen gleich. Nein, ich höre was. Nein. Nein. Okay, okay. Oh, sorry. Ja, das ist immer bemerkt. Fuck das. Oh mein Gott. Weg hier. Ja, oder ist nicht super? Aber 90 ist trotzdem nicht schlecht. Also 90 ist schon viel. Das reicht immer für neue Taschenlampen, ne? Ja. Ja, ich bin... Habe ich jetzt sogar ein E oder so? Ich habe nichts gemacht. Ich habe Oli. Ich habe Oli. Das war furchtbar. Das war furchtbar. Ja. Aber Leute, wir haben halt nicht viel Geld, ne? Also es kostet 80, ich meine. Oder 90? 90. Abzüge mit euch. Also mit der Boombox wäre es nicht passiert, ne? Ja, das stimmt. Achso, wir haben noch gar kein Geld. Das müssen wir erst abliefern. Wir können also keine Taschenlammen kaufen. Ja, wir können jetzt auch noch... Wir können auch einmal noch jetzt zurückfliegen und verkaufen. Ja, dann lass uns das mal machen. Weil sonst haben wir ja gar nichts. Lieg ich da noch dort? Achso, er ist so in der Zeit verstanden. Okay. Wir müssen jetzt einmal zum... Hannes? Ja? Ja, was? Hat sich... Hat sich erwischt? Ja. Du hast mir vorbeigesprungen, dann bin ich rausgerannt und dann kam es an. Ja, ich habe direkt was ähnliches probiert. Ich hätte, glaube ich, die Tür aufmachen müssen, wo die Mine in dem war. Aber ich hätte Angst, dass ich dann selber reinlaufe. Dann hätten wir es vielleicht besiegen können. Ich fand es aber auch schön. Ihr habt dem Tod ins Auge geblickt, aber ich wollte trotzdem nicht in die Liebe gehen. Unter keinen Umständen. Ich wollte nochmal zurück in die Sachen holen, aber ich habe irgendein Geräusch gehört und dann hatte ich zu viel Schiss. Ne, wir haben hier auch gebetet, dass du es nicht wusst. Sag mal, das ist mein Stuff hier. Das ist mein Stuff. Sehr gut. Hätten wir das auch geklärt? Ja, die Taschenlampe. Oh mein Gott. Ja, gut, der bleibt ist da liegen. So, was? Jetzt. Du musst mit ihr rauf. Passiert nix. Och, oh Gott. Ich wollte gerade nochmal hingehen. Ich auch. So, jetzt haben wir es. Ja, jetzt ist Olli halt tot, ne? Ja. Achso, jetzt total. Ah, okay. Es reicht halt auch. Hm? Es reicht halt gerade für drei Flashlights wieder. Ja, aber wenn Olli tot ist, brauchen wir ja vier. Ne, Hannes hat ja eins, glaube ich. Ah, okay. Ja, dann reicht es genau. Ich habe auch gar nicht gesehen, was da passiert ist. Ich habe nur gesehen, irgendwas ist da langgehuscht. Ja, der Verkäufer hat ihn geschnappt. Gut. Dann hätten wir das wieder. Okay, let's go. Dann let's go, ja. Oh, nein. Hä? Nein. Was? Als ob der hier kommt. Was? Oh, Mann. Gott. Nein. Als ob der Eiswann hier kommt. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Ey, Olli, na? Der kam doch trotzdem mal erst beim Rauffolgenden. Hi. Na? Ach, Mann. Was ist passiert? Ach, acht. Nochmal. Das läuft ja. Ach, ihr habt den hier drin gerufen. Rufen jetzt, oder was? Ich dachte, der kommt halt beim nächsten Planeten. Ja, oder wir könnten auch mal landen. Geht das? Probier mal. Gucken wir mal. Ich mach mal. Oh, mein Gott, ey. Chaos, ey. Das heißt aber, der nächste Planet, wo wir hinfliegen, der muss sitzen, ne? Weil sonst... Ja, ja. So, ist das jetzt irgendwo? Oh, mein Gott. Das ist ja das Schlechteste. Ist das jetzt weg? Ich hoffe nicht. Aber wo wäre es gelandet? Mein Teuer... Das Geld habe ich bereitgestellt, ja? Und hier gibt es einfach ohne... Und wer ist gerade gestorben? Das war nur zu meme. Oh, nee. Das ist weg, ne? Das ist weg. Ey, wir müssen da gleich blind reinlaufen. Oh, mein Gott, ey. Wollen wir vielleicht nochmal neu starten? Einmal mit innen fliegen. Einmal mit innen fliegen. Das ziehen wir durch. Ich möchte jetzt, wenn wir gleich wegfliegen, wir kommen wieder... Oh, mein hast du mal in der Taschenlampe drauf. Oh, nee. Na, drastisch aus. Ich will einfach meine Sachen, dich einsammeln, einfach gar nicht mal hier ablegen. Ich behalte die einfach bis zum Ende. Naja. Ach so, nee, kannst du keine haben. Du hast du gefunden? Okay, kannst du haben. Die. Die Verantwortung gibt es aber halt in deinen Händen, ne? Ja, ich verkack's nicht.